Was geht meine Freunde? Willkommen zu Curbys Adventure Und ja, wir machen das ein Together. Wer ist mit dabei? Der feine Ha, einfach den schweinige Schein Stell dir vor, der muss es reparieren. Einfach da hinschmeißen. Und der muss es dann reparieren, scheißegal Easy Wie geht das? Wie geht das? Halt Feuer, was machst denn du? hihihi du bist Wie man denn so einen Huch und so nicht gedacht hat hallhh, verstecken es ganz unten so einen Huch und Sohn verstecken sich ganz das letzte Puzzleteil damit alles neu machen muss ganz unten irgendwo bei den Fässern wo man überhaupt keinen Plan hat, wo man ist da ist die Tür versteckt irgendwo hinten geschissen und wenn man das verpasst so was gibt meine freunde willkommen zu kürbis adventure wie es geht weiter hier ja wirst du beim remco nehmen da weiter auf genau und zwar zu dritten immer dann auf dann hätte ich es alleine machen müssen ich denke zu zweit ist das besser du bist nicht dabei so wir warten jetzt leiden jetzt müsst ihr warten bis hier mit denen dort den knopf geht geht feier mann du sollst doch den knopf drücken mann du bist doch scheiße ja warum wohl feier du bist doch geistig zurückgeblieben ist umfassbar feier drück du den knopf mann vollidiot mann feier du bist so ein geistig zurückgeblieben du musst nur einen knopf drücken du sollst doch nicht da draus spammen du willst warten bis dann wieder kommen spring hoch ja toll mann was ist denn das feier du sollt schon nicht sein ja ok das war ja schön aber gut so drück jetzt NICHT ja drück jetzt ja du bist doch scheiße mann feier du bist so blöd ich drück den knopf mann das war das ist so blöd dass ich es ist einfach nur schlecht ja noch ne bombe geil ja feier du musst wieder ein knopf was ist denn los feier ha 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 ja du losel ja gute namas so ha 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 bist du so unfass hab ich nicht gesehen mit feier geht doch nicht so schnell voran du fette sau ja wir wollen die 100% feier feier ist tot ah der kommt der kann nicht mehr joinen ha 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 hä wie kannst du joinen du lebtn feier im wach im wach im wach im wach die die dödsäle ah ja schnell ist man dann kommen sie auf dieser boss ne ja der hoch und so der end boss du feier ist so schlecht im Spiel das ist so unfassbar alter wer ist dieses scheiß normal wir haben null leben ich glaube trotzdem und wieso kommt feier überhaupt feier feier nimmt das feier guck mal wie gut hab ich alle verletzt das ist doch das einzige was du kannst man wieso hat das leben überhaupt keinen Sinn das geht das macht keinen Sinn oder ja ey der war voll geschenkt guck feier bin wenigstens das einzige was er jetzt kann machen das ist das einzige was er kann ey guck mal das ist einzige was feier einsammeln kann hehehe hehehe so ein loser ey das ist unfassbar warum du synchronisierst den feier was ist hier scharf ha 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 es fehlt nur noch ein einziges teil fettzock feier ich einiges an ärger bereitet feier du bist eine fette fette missgeburte und jeden jeden paar 30 mal stirbt aber irgendwie war es das alles wert immerhin habe ich dich getroffen ich sag einmal vielen dank für deine hilfe ja du bist damit nicht gemeint du bist echt toll du nicht du bist so blöd und ich will auch nicht ne hast du nicht mal frei ab einfach reingegangen ist du musst da alle rein ja ich wollte doch erstmal den schirm haben du musst doch da alle rein du kannst nicht mal rennen alter aber nur die er hat das er war nur in der Falle und das war vor nur der Busfahrer das war es konnte sich gleich sind genau das ist so wird vorliegt wie es hat überhaupt nicht sie können exit ist die zufrieden doch schon mal das ganze da hat er hat er geht sich gar nicht aus so einfach um gewonnen alles spielst du nicht so das war denn das berg ist eine halbe musik Wie, es kommt noch was. Es kann gar nicht sein. Ich dachte, das Spiel wäre jetzt zu Ende. Ja. Ein fairer Boss. Der Typ ist ja richtig Lose. Lose wie Klaus. Schreib einfach als Titel ein Boses Klaus. Ein Boses Lose wie Klaus. Guck mal, was denn das für ein Gammelsohn. Drei Köpfe der Hurensohn. Drei Köpfe der Klaus. Drei Köpfe. Drei Köpfe der Lose. Vierköpfe der Lose. Guck mal, da hat sogar eine Krone aufgelostet. Das ist der Königsloser. Das ist der Königsloser. Guck mal, Guck mal. Lose. King Klaus. King Klaus. Jetzt kriegen sogar alle Anerkennung. Nur wegen dem vierköpfigen Klaus. Guck mal, da hat er gespielt. Guck mal, wenn er gespielt. Guck mal, wenn er gespielt hat. Professionell. Ach, weil er ist ein Loser. Niedrigste Stufe. Niedrigste Stufe. Niedrigste Stufe. Oh, das ging aus. Guck mal, da bin du Klaus. Und wenn er sich schaut. Aber Remco, komm mal ein bisschen näher und erklär mal, was die David und Klaus schaut. Ja, David und Klaus schaut. Ja, David und Klaus schaut. Das ist so eine Serie von zwei Lose. Hör doch auf die Runde. Hör doch auf die Runde. Hör doch auf die Runde. Ich mach Aufnahmen. Nein! Wenn Sie ganz schön. Junge Alter, ich los, wir löschen das. Nein! Nein! Es sind zwei Loser! Seid ihr jetzt für das Ultima Team? Nö, jetzt seid ihr für das Ultima Team. Komm! Was ist das? Es sind zwei Loser! Seid ihr Loser! Es ist so fass! Ja, es sind nur zwei Loser! Ich kann nicht kämpfen! Was ist das? Es sind solche großen Loser! Guck mal, das sind sogar die beiden! Guck mal, der rechte ist! Es ist doch Pusi! Es ist der rechte ist Pusi und der rechte ist Klaus! Guck mal, die rennen so gegen die Wand! Das liegt nicht so wie David Davis! Sie sind genauso dumm aus wie David Davis! Die rennen auch gegen die Wand! Das zeigt schon mal so ein Realismus! Ja, David und Claude sind zwei Loser, die in der eigenen Serie haben! Ja, also nochmal... Jetzt nochmal ganz ehrlich, David und Claude ist schon so eine Serie mit so zwei Loser! Die... und ja... Ähm, die machen halt so Real Life Challenges und... Zwei dicker sind Loser! Hallo, auf jeden Fall halt, das sind ziemlich gute Freunde von uns! Das sind so richtige Loser! Aber das sind leider Loser! Und ja, das sind halt einfach so... Einer ist von denen... Ich glaube, beide sind so 30... Haben Arbeit und... Haben halt auch Cornflakes mal gegessen und... Also ich weiß nicht, was man da erklären soll, ja? Das sind halt einfach zwei Loser! Das ist einfach nur so gut beschrieben, wie geht! Stimmt, sie haben die David & Claude Show geschaut, während sie... Und während sie getrinken, wo er gelacht hat, musst du trinken! Und da... Ich hab am meisten trinken müssen! Also wirklich macht das mal, wer lacht... Der muss auf jeden Fall einen kurzen Trinken! Und David & Claude sind halt übelwitzig, weil sie sind so... Wirklich mehr Hardcore... Da, wenn David mal redet, dann hat man... Dann hat man... Dann muss man halt immer so weckenlachen! Wer richtig Hardcore will, wird wirklich mit Drachenloh! Jedes Mal, wenn David halt gesprochen hat, muss man halt sich weckenlachen! Erst hat raus zu haben, was wir damit mit klaren haben! Der redet halt wie so ein richtiger Loser! Den nennen sie auch gern die Loser-Loser! Also Freunde, das sind halt richtige Loser! Und Feier einfach sagst du zu denen... Die Loser! Wochenende Feuerball! Oder Feuerfeier mit Pirko-Sorte! Hallo Freunde! Willkommen zu... David & Clausy Show! Ich bin David, und die Klausy! Und das ist die David & Clausy Show! Wieso? Ich bin David! Meinst du den Arsch? Meinst du Holland? Hallo ich bin der Bussi! also muss ich sterben oder was ja der aufstieg wird sicher keins zuckerschnecken aber du schaffst das kann so mit dem bereich und da hat es wird die frage kräftige 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 vorliegen macht man kann meine kommentare wie sind die löser und die löser noch mal damit und klaus damit und klaus und klaus und klaus Das war so gut. Lauf, du Schlampe! Lauf, Schlampe! So, Alter! Mach das Quiz! So Leute, wir machen jetzt das beste Quiz, das ihr je gemacht habt! Das offizielle Joker-Trash-OK-Quiz, ist ja alles im Auto-Gaming-OK-O-OK-U- bzw. ist ein zweitkündiger Joker-Trash-OK. wir fangen an so wird es okay ist durchgeknallt ein Loser Klaus Lindemann was sind Klaus und David das Blauen beliebt bei Frauenkupel Serieer Unterleber Scheiße also YouTube Star oder Loser und von den Zollerbäumen nach oben auch so um die Bernd Schichter auch wie wir sind Jokertrash ist wegafikurisiert. David Klaus, Lendemann, wie noch kalt, assoziatshaft noch einer Blödsinn. Was ist doch Jokertrash okay ungern gesehen? David! Das ist mal die Idee. Unterhaltung, wo er glaubt. Wie ist der Kanal in Jokertrash okay entstanden? Wie ist der Kanal entstanden? David und Klaus, die Hurensöhne. Weil David und Klaus meine besten Freunde sind. Weil Marken muss oder weil mein Hauptkanal vorübergehend ist. was kam zum ersten Weihnachtstag 2015 für ein Video? Let's eat Nikolaus. Klaus ist ein Loser. Der Film Review Ne, neue Folge von der David und Klausi Show. Review zu David und Klausi Show oder Weihnachtsbrüche Monopoly. Extrem cool. So, letzte Frage. Willst du David und Klaus schubsen, Fuß ins Gesicht halten, David und Klaus verbrügelen, David und Klaus gehen. Wie ist denn die beiden Wuseln nochmal? Klaus und David Hurensohn? Klaus, David, and David, Klaus und David, und Draenen. klausen da man das ist ein scheiß sprung ihr denkt sich so eine kacke aus so scheiß ich kann nicht fliehen während der irgendwas dickes warte hoch und wir machen euch mal einen schweren sprung da rein wo auch ein riesiges lohn ist genau am ende in der klausel ich weiß nicht wie man es spielt ich weiß nicht wie man skype drauf Das hat so feiert sein Auftritt, mein Bauch ist immer feiert sein Auftritt, das ist ein richtiger Buster. Oh, das ist mir scheiß, die Bombe gab es aber gar nichts hier so, ne? Ja genau, die schwerste Prüfung, guck mal, in Silber. Der einzige Silber. Silber, ich kämpfe mir gegen den vierköpfigen Loser. Vierköpfiger Loser. Vierköpfiger Klaus und David. Guck mal, fangt das Part so nicht schaun zu. Guck mal, Klaus, David, Eimann und Rainer. Nein, da ist noch Busi. Ja genau, stimmt. Busi und Dustin. Was für Loser. Ja, der mit dem Grund ist Klaus. Das ist Klaus. Die sind eigentlich gut. Die haben die richtig gleiten lassen, obwohl die gar nichts gemacht haben. Die haben unschuldige Leute umgebracht. So Drachenbabys, die haben die so umgebracht. Du reitest auf, du reitest auf David. Du reitest auf David. Du reitest auf David. So neu geborene Babys. Du reitest auf Glaus. Guck mal, David. Loser. Die beiden los. Du reitest auf Glaus. Du reitest auf. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Der fein wird so richtig zerstört. Der wird so zerstört, Alter. Der wird so rechnen. Loser, Alter. Ich bin tot. Ich bin tot. Wie der zerstört wird. Der kann sich gar nicht werden. Guck mal. Ich bin tot. Schnell vor den Credits steht so, es gibt keinen Tschüss. Haha, es gibt keinen Tschüss. Und dann so steht da so eine nie erschienene Literatur so, kauft euch jetzt in Vietnam vorbei. Und zwar, es gibt ja keinen Tschüss. Es gibt ja keinen Tschüss.